Wir sind heute hier in Würzburg beim Run&Local von Sokony und der Firma Laufstil und wir freuen uns riesig ungefähr 60 Läufer, Läuferinnen auf die Strecke über fünf Kilometer zu schicken und hoffen natürlich, dass wir viel Spaß haben und vor allen Dingen gute Zeit haben wir. Drei, zwei, eins. War gut, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, es war super. Ich bin auch Bestzeit gelaufen. Die Testschuh haben sich auch gut angefühlt. War ein super Event. Vielen Dank. Also kann man wieder machen. Ja, neue Bestzeit, genau. War sehr schön hier. Hat sehr viel Spaß gemacht und anstrengend.